hat der stanley gesagt nein akzeptiere ich nicht da leuchtet doch was klickt es an also wenn ich die tür zu machen ist ein ende ich verstehe das mache ich jetzt nicht nochmal ich mache es von außen zu so ja mann ich bin 8 4 2 7 doch war vorhin schon richtig da alles klar also das war cool eigentlich will ich das ja gar nicht aber zum meeting room muss ich wohl weil die anderen räume sind ja alle zu kommen ja überall nicht rein also scheint ja der einzige weg tatsächlich dieser meeting die pcs lasse ich jetzt auch mal an mal gucken was sich ändern im meeting room habe ich ja die entscheidung dann links oder rechts hier wenn stanley came to a set of two open doors he entered the door on his left nein meine ich geht's red this was not the correct way to the meeting room and stanley knew it perfectly well perhaps he wanted to stop by the employee lounge first just to admire ich will den raum bewundern aber hier guck mal da da ist doch was passiert in der firma die sind doch geflüchtet da war da war der zoll da schwarzarbeiter oder sowas guck mal hier ein stuhlkreis ist es unheimlich finde ich da grusel ich mich mehr vor als vor den ganzen horrorfilmen weil das einfach jetzt kommt ein neuer raum also schön dass er noch sagt dass das liebevoll detailreich eingerichtet ist das ist ein arsch was soll ich machen ich bin halt da reingegangen du ficker nein das ist der schönste raum den ich je gesehen habe ich bleib mal noch was schafft was er jetzt noch sagt sagt er noch irgendwas stanley sat around waiting for more dialogue but when a long time and past and there was no more he decided that the game was trying to send him a message komm einen kannst du raushauen komm mein freund ich klicke mal ein bisschen vielleicht triggert das ja irgendwas ne der automat vielleicht nochmal ich weiß das spiel will mir was mitteilen aber ich höre ja nicht so gerne auf andere komm offene tür zu sein nein 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 das kannst du voll vergessen ich will nicht back to business mach weg den scheiß das ist der lagerraum komm mach weg will ich nicht ich gehe hier weiter hallo was ein wichser lass mich halt man ich bin halt innovativ das schließen sich immer die türen das macht mir angst kann ich da nicht mehr zurück nein alles klar ok da ist ein gutter da komme ich nicht durch was bist du look stanley i think perhaps we've got enough on the wrong foot here i'm not your enemy really i'm not i realize that investing your trust in someone else can be difficult but the fact is that the story has been about nothing but you all this time ja aber das ist doch someone you've been neglecting stanley someone you've forgotten about please stop trying to make every decision by yourself now i'm not asking for me i'm asking for her was wer wer ist sie was passiert wenn ich da runterfall but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do stanley left from the platform and plunged to his death good job stanley everyone thinks you are very powerful ha 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 i'm the almighty stanley scheiße da hab ich voll verkackt ja das geht wieder von vorne los stanley had never seen the office this brightly lit was it a sign of something he hoped it was he hoped very much that it was das ist neu hat er vorhin nicht gesagt das ist neu so warte mal jetzt gehe ich jetzt nochmal da den falschen weg und dann über diese plattform drüber bin ja aus versehen aus versehen wohlbemerkt nein richtig ja die will ich mir reinziehen die bude wow wow this room what a beautiful beautiful room stanley took the first open door on his left nein ich gehe da jetzt nochmal durch das will ich jetzt wissen was da auf mich wartet ich hab sie so mit anweisungen aber hier ist auch was guck mal also die grunddialoge wiederholen sich anscheinend wer ist denn sie wer ist denn sie was redet der da wie mysteriös ist denn das jetzt der raum ist ja mal gar nicht die die hallo uah alter deine mama ich lass es jetzt mal klingeln mal schauen was passiert ich vertraue dem nämlich nicht oder kann ich das einfach hier aus ja was ja ich bin besser ja hehehe 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 ok 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 hehehe 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 Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. Ja, das ist mir schon passiert. Der lässt mich halt jetzt. Guck mal. Das hat er geschnallt. Er kann mich nicht in den Tod stürzen. Was soll denn das? Ich glaube, jetzt muss ich den vorgegebenen Weg gehen. Der lässt mich jetzt nichts anderes mehr machen. Aber hier, die ist zu. Was? Da ist der Aufenthaltsraum. Ja, ist das so? Welche Tür zu meiner Linken? Willst du mich verarschen? Hier sind alle zu. Wo ist meine Besenkammer? Da habe ich mich wohlgefühlt. Was passiert wohl jetzt? Der Armee, Kerl. Okay, jetzt komm. Jetzt bin ich richtig. Das ist die richtige Weg. Oh, das ist verabschiedet. Ich kann nicht glauben, nach dem alles, was wir gesprochen haben, dass du meine Geschichte, du hast meine Arbeit verloren. Was? Was hast du davon ausgetauscht? Was hast du davon ausgetauscht? Was hast du davon ausgetauscht? Was hast du davon ausgetauscht, dass du hier so großartig verletzt hast? Es ist wertvoll, das jetzt. Und was soll ich das machen? Was? Wenn es ein Weg gibt, wäre es wertvoll, wäre es wertvoll? Zu wissen, dass meine Geschichte jetzt nicht falsch ist? Wie kann ich zurückkommen? Ich kann nicht erraten diesen Wunsch. Ich werde mit ihm leben. Ich werde mit ihm leben. Es ist eine impossibilität. Ich kann nicht so leben. Es ist besser, dass ich das Spiel vollständig verletzt habe, oder zu verletzten, dass ich all meine Arbeit verletzt habe? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist die Antwort? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Nein, ich muss das. Ich muss das Spiel vollständig verletzen. Ich muss das. Ich muss das. Ich muss das. Was ist das? Was ist das?